Es war einmal im Schmierraum. Reagenzgläser! Was für eine schöne Farbe! Was da wohl drin ist? Hallo, ich bin eine gute Fee und du hast jetzt ein paar Wünsche frei, weil du die Klasse mir ganz klar gefreut hast. Dann wünsche ich mir, dass ich die Kontrolle habe. Das dürfte für mich kein Problem sein. Und ich wäre gerne vielseitig begabt. Verfahrens- und Produktionstechnik. Elektrotechnik und Automatisierungstechnik. Und den sicheren Umgang bei Montagearbeiten. Und ich möchte mein ganzes Leben lang mich weiterentwickeln und dazulernen. Nach der Ausbildung kann man sich auch noch weiterentwickeln. Zum Beispiel kann man den Meister machen oder den Industriemeister Chemie, den Techniker auch noch. Dann kann man in den Hierarchiesuppe aufsteigen. Zum Beispiel zum stellvertretenden Schichtführer oder Schichtführer. Oder aber auch eine ganz andere Richtung einschlagen. Vielleicht kommt man dann hier zurück ins Ausbildungszentrum als Ausbilder oder geht zum Beispiel auch in die Sicherheitsabteilung. Auch möchte ich gutes Geld verdienen. Wie bei der Basel-Richt-Bekann-Ausbildung, werden wir nach dem Therese-Klink gezahlt. Im ersten Lehrjahr bedienen wir ca. 1.50 Euro im Monat. Im vierten Lehrjahr 3.000 Euro im Monat. Im vierten Lehrjahr, wenn wir jetzt in Sprung im Jahr, dann kommen wir auf die Projekte und Frühjahr in der Nähe. Wir bekommen jedes Jahr Urlaub und die Weihnachtsgänge. Schicht-Zulänger, wenn man auf der Anlage arbeitet, bekommt man Nachtschicht und Frühschicht und Feuerzeugszuschläge. Und als letztes wünsche ich mir, dass ich etwas Cooles erschaffen kann. Als Chemikant kommt man täglich in Berührung mit gefährlichen Stoffen. Deswegen ist eine richtige PSA sehr wichtig. Zu dieser persönlichen Schutzausrüstung gehören Helm, Lärmschutz, Schutzbrille, schnitt- und schlaggeschützte Handschuhe, Feuer-, Säure- und elektrobeständige Jacke, Schutzhose sowie Sicherheitsschuhe. Ich kann dir alle Wünsche mit einer Ausbildung zum Chemikanten bei Lionel Basel erfüllen. Wir bilden hier im Ausbildungszentrum 52 Auszubildenden pro Lehrjahr aus, haben also eine große Gruppe. Der größte Part ist dabei die Chemikanten. Da haben wir 30 Ausbildungsplätze und wir freuen uns über jegliche Bewerbung. Also wenn ihr noch was sucht, gerne bei uns bewerben. Und wenn sie nicht gestorben sind, produzieren sie jetzt auch immer Kunststoff.